Der ehemalige Leiter der National Security Agency NSA und US Army General Paul Nakasone ist dem Verwaltungsrat von OpenAI beigetreten. Nakasone wird dem Sicherheitsausschuss unter der Leitung von OpenAI-Chef Sam Altman angehören und Empfehlungen für die Sicherheit der Projekte und den Betrieb der KI-Firma entwickeln. OpenAI begründet die Aufnahme von Nakasone mit gestiegenen Sicherheitsanforderungen, etwa beim Schutz der Supercomputer für das KI-Training bis hin zu Sicherheitsaspekten bei der Gewichtung von KI-Modellen. Mehrere Tesla-Aktionäre haben eine Klage gegen Elon Musk und den Vorstand des Unternehmens eingereicht. Sie beschuldigen Musk und den Vorstand, Talente und Ressourcen von Tesla abgezogen zu haben, um sie auf Musks KI-Unternehmen XAI umzulenken. Die Kläger sehen sich durch die Verschiebung tausender NVIDIA-KI-Chips von Tesla zu XAI sowie Musks Kurznachrichtenplattform X bestätigt. Die Ressourcen sollten bei Tesla eigentlich dazu verwendet werden, künstliche Intelligenzen für Roboter und autonome Fahrzeuge zu trainieren. Vodafone will sein Festnetz-Internet verbessern und plant in diesem Geschäftsjahr etwa 200 Millionen Euro dafür in Deutschland zu investieren. Das Kabelnetz soll auf Glasfaserniveau gebracht werden, sodass Kunden künftig keine Unterschiede mehr spüren. Vodafone führt in diesem Jahr in Münster und Kleve sowie in Ingolstadt Tests an insgesamt 50.000 Haushalten durch. Dort soll der Upload auf 400 Megabit pro Sekunde erhöht werden. Tech- und PC-Hersteller Dell hat mehrere Sicherheitslücken im BIOS geschlossen, um zu verhindern, dass Angreifer die Kontrolle über PCs erlangen können. Davon betroffen sind verschiedene Modellserien, unter anderem Alienware und Inspiron. Insgesamt wurden vier Sicherheitslücken geschlossen, drei davon mit dem Bedrohungsgrad hoch. Die Schwachstellen befinden sich in einer nicht näher beschriebenen extern entwickelten Komponente. Ein lokaler Angreifer mit hohen Nutzerrechten kann auf diesem Weg Schadcode ausführen, um Systeme zu kompromittieren.